Das MacBook Air, der Bestseller von Apple, wurde erneuert und ja, bislang war es so, das war ja schon ein ziemlich gutes Gerät, aber nach meinem Gefühl war immer noch so ein bisschen Luft nach oben, um beim Namen zu bleiben, MacBook Air. Und ja, mal gucken, was sich da getan hat. Wir sprechen heute mit jemandem, der sich damit auskennt, jetzt in der neuen Folge des Mac and i Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Ja, MacBook Air ist heute unser Thema, aber auch ein paar Neuigkeiten haben wir dabei. Aber erst mal begrüße ich Johannes Schuster aus der Mac and i Redaktion. Hallo Johannes. Ja, hallo. Und ja, immer zur Seite, ich wollte schon sagen, Experte für heiße Luft. Hallo Leo Becker, grüß dich. Ja, hallo Malte, hallo Johannes. Heiße Luft haben wir heute vielleicht auch? Das ist der neue Channel, heiße Air. Schauen wir mal, was aus dem MacBook Airs rauslüftet. Alle Wortspiele sind jetzt gequält worden. Wir können zu den Inhalten kommen. Ja, Neuigkeiten, da kommen wir auf ein Dauerthema zu sprechen, das uns ja in den letzten Wochen, eigentlich ja seit Ende Januar sehr intensiv beschäftigt und ja auch mittlerweile fast im Tagesrhythmus für neue Aspekte sorgt. Leo, was gibt es denn Neues in Sachen Apple und DMA? Wir haben ja jetzt gesehen, dass Apple die ersten Schritte unternommen hat, um sich eben an die neuen Regeln in Europa zu halten. Und mit iOS 17.4 wurden da ja Sachen schon umgesetzt. Man sieht als Endnutzer noch wenig davon, weil es praktisch noch nichts gibt, was diese neuen Möglichkeiten verwendet. Es ist ja so, dass man jetzt App-Marktplätze installieren kann, wenn es denn welche gäbe für Endkunden. Und man kann natürlich andere Wallets installieren, die es auch noch nicht gibt. Und man kann andere Browser installieren, die es auch noch nicht in der Form gibt, wie sie eines Tages mal aufs iPhone kommen können. Aber die Grundlagen für diese Öffnung sind jetzt gelegt im Betriebssystem. Und jetzt ist es so, dass Apple tatsächlich den App-Vertrieb nach demselben Modell eigentlich oder einem sehr ähnlichen Modell gestaltet oder gestalten muss, sollte man vielleicht sagen, wie wir es aus macOS kennen. Das heißt, Entwickler werden in der Lage sein, ab Frühjahr ihre Apps direkt auf ihrer Webseite zum Download für iPhones bereitzustellen. Das ist etwas, was wir bis jetzt auch noch nicht hatten in dem Konzept, weil das bisherige Konzept war, dass die Marktplätze halt über die Webseite auf ein iPhone kommen, aber dann alle anderen Apps über diesen Marktplatz verteilt werden müssen oder ausgeliefert heruntergeladen werden müssen. Und deshalb haben wir noch einen weiteren Öffnungsschritt, den Apple offensichtlich gehen musste nach Gesprächen mit der EU und mit Entwicklern und dem Feedback, was sie halt bis jetzt erhalten haben. Aber man muss natürlich dazu sagen, die Auflagen sind ähnlich wie für die App-Marktplätze sind hoch. Also diese Apps, die dann einzeln über eine Webseite angeboten werden, die müssen auch durch Apples sogenannten Notarisierungsprozess, das heißt, die werden auf Malware geprüft, da soll auch ein menschlicher Prüfer nochmal drüber schauen, stimmen die Angaben, ist da irgendwie grober Betrugsversuche drin und so weiter. Also es gibt eine Basisprüfung auch für diese Apps natürlich, das ist kein völlig freies Sideloading, dass man einfach irgendeine Datei runterlädt und die installiert, sondern es ist nach wie vor sehr abgeschottet und die Entwickler, die das anbieten wollen, ihre eigenen Apps direkt zu verteilen, die müssen ähnlich wie diese Marktplatzentwickler zwar keine 1 Millionen Euro Bürgschaft hinterlegen für Apple, aber die müssen trotzdem, sagen wir, von Apple, bei Apple angesehene Entwickler sein, in good standing, also die praktisch schon seit Jahren, zwei Jahren im App Store mit ihrem Entwickleraccount präsent sind und sehr viele App-Downloads, auch hohe Zahl an Apps bereits in Europa im Umlauf haben sozusagen, also sagen wir, populäre Apps vertreiben und das sind die Voraussetzungen, um dann diese Einzel-Apps anzubieten. Also als neuer Indie-Entwickler, der bis jetzt noch nichts, noch keine Apps herausgebracht hat, kann man nicht einfach dann seine neue App auf die Webseite stellen, aber große App-Anbieter werden das in Zukunft dann können. Und ab wann kommt das? Das kommt ab Frühjahr mit irgendeinem Update, wahrscheinlich sei es iOS 17.5 oder was wir vielleicht als, ne, ich vermute, dass es an ein Update geknüpft ist. Im Frühjahr. In diesem Frühjahr, ja, ja. Das ist ja schon fast. Ja, es ist schon fast. Meteorologisch auf jeden Fall. Ja, ja, es fühlt sich schon ein bisschen nach Frühling jetzt an, aber bei Apples Frühling ist es etwas dehnbarer, also irgendwann in der nächsten Woche. Wir haben ja auch ein anderes Geschäftsjahr. Und sag mal, wie machen Sie das technisch, auch wie unter MacOS mit Zertifikaten oder? Ja, genauso wie die App-Marktplätze auch auf den Zertifikaten und auf eine Signatur halt aufbauen und von Apple natürlich genehmigt sein müssen, damit sie halt lauffähig sind in iOS. So ist das mit den Einzel-Apps, ist genau dasselbe Spiel. Und soweit ich das bis jetzt sehen kann, wird auch der Nutzer beim Download halt immer erst sagen müssen, so ich erlaube jetzt dieser Website oder diesem Entwickler, dass er Apps installieren darf. Und dann kannst du die App runterladen und musst nochmal sagen, ja, jetzt, ich will diese App wirklich installieren. Also du hast so mehrere Schritte, die du durchlaufen musst, bevor die App tatsächlich auf deinem iPhone angekommen ist und dann halt auch gestartet werden kann. Und Apple hat halt immer noch die Möglichkeit, wie bei den App-Marktplätzen auch Malware oder ähnliche schädliche Software im Nachhinein halt einfach den Stecker zu ziehen und zu sagen, diese Software, also Zertifikat halt zurückzuziehen und damit die Software nicht mehr lauffähig zu machen. Also auch diese, also all diese Kontrollmechanismen und auch Schutzmechanismen, muss man ja sagen, sind weiterhin vorhanden. Das ist doch gut für den Anwender. Hat da eigentlich nur Vorteile, oder? Es ist auf jeden Fall interessant für den Anwender. Ich weiß nicht, ob es jeder da draußen begrüßt. Also die, ich glaube schon, dass bei, auch bei vielen eine Sorge mitschwingt, was da jetzt passiert mit iOS und dem iPhone. Aber theoretisch, also jeder, der von dem, vom Mac dieses System, dem dieses System vom Mac vertraut ist und der sich auf dem Mac irgendwie wohl und sicher fühlt, der weiß nicht, ob der sich so viele Sorgen machen braucht jetzt auf dem iPhone. Am Anfang wirkt das ja Ende Januar so, als Apple die ersten DMA-Updates in Aussicht stellte, als wenn sie sehr souverän vorgehen, als wenn sie das alles sehr genau durchdacht und möglicherweise auch mit der EU schon abgestimmt haben. Jetzt haben wir einerseits diese Epic-Episode gesehen, wo es ja darum ging, dass Epic dann kurzerhand den Entwicklerzugang wieder entzogen wurde, mit Blick darauf, dass man eben dann Zweifel hatte an der Vertrauenswürdigkeit. Zwei Tage später wurde das wieder zurückgegeben, angeblich, weil Epic eingelenkt hat. Aber Epic stellt es anders dar und sagt, die EU hätte da auch ein Machtwort gesprochen. Jetzt diese Geschichte. Denkst du, da werden noch weitere Änderungen des DMA-Konzepts von Apple auf uns zukommen? Weil es gibt ja schon auch Kritikpunkte so in Richtung, dass man Safari noch nicht deinstallieren kann, dass man dann die Karten-App noch nicht frei wählen kann. Apple hat diesen Compliance-Plan ja rausgegeben. Du hast darüber berichtet. Aber der sieht ja sehr großzügige Zeitfenster vor, um das zu realisieren. Glaubst du, dass die EU da ein Einsehen haben wird? Also ich glaube schon, dass Apple ein bisschen Spielraum hat. Jetzt gerade diese Geschichten, wie schnell man Safari komplett deinstallieren kann. Also ich fände es komisch, wenn die EU da darauf drängt, dass das jetzt sofort... Natürlich hatte Apple schon Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, die Komplexität kann man schon auch sehen. Also Safari ist ja mehr als einfach ein Browser. Und die Komplexität, diese App aus dem System halt komplett zu löschen, ist was, wo ich denke, auch man ganz nüchtern Apple-Entwicklungs- mehr Zeit einräumen kann. Sie haben ja die Basisvorlagen, haben sie, glaube ich, erfüllt. Und man sieht, dass sie jetzt nachjustieren müssen. Um so wie eben den App-Vertrieb halt weiter zu öffnen. Aber ich glaube, die spannendere Frage, und an der haben wir noch keine Bewegung bis jetzt gesehen, kann halt Apple sein Gebühren- und Geschäftsmodell, also die Business Terms, denen die Entwickler unterliegen, diese neuen Geschäftsbedingungen, denen die Entwickler unterliegen, werden die noch angepasst? Also wir haben ja diese Kerntechnologie-Gebühr, die halt pro App-Installation-Entwickler dann künftig zahlen müssen, ab einem gewissen Schwellenwert. Und die hat ja schon zu vielen Diskussionen geführt. Und da haben wir bis jetzt noch gar keine Bewegung gesehen. Weder von Apples Seite, noch von Seiten der EU, dass irgendwie klar ist, ist das etwas, was die EU angehen will? Wollen sie da wirklich Geschäftsbedingungen spezifisch vorgeben? Darf Apple so viel für den App-Vertrieb verlangen? Dürfen sie das nicht? Es sind ja hochgradig spannend und auch hochgradig komplexe Fragen. Mit extremer Signalwirkung auch. Also wie weit kann halt etwas, können solche Geschäftsbedingungen überhaupt vorgeschrieben werden? Und da werden wir sicher in den nächsten Wochen unter Umständen auch noch mehr natürlich drüber hören und sehen, was da passiert. Es geht ja so ein bisschen um die Frage, wer darf wie viele Spielregeln vorgeben? Also die EU einerseits mit wie, inwieweit kann sie, darf sie die Öffnung erzwingen? Aber umgekehrt natürlich auch inwieweit. Das ist ja jetzt Apples Standpunkt. Apple kommt daher und sagt, ja, wir öffnen, aber wir haben auch wiederum eigene Regeln, nachdem das passiert, die Öffnung. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, aber schauen wir mal. Zu weit spekulieren sollte man bei dem Thema nicht. Das lehre in die vergangenen Wochen, denn der Sachstand ändert sich doch so reisant, wenn ich an unsere ersten Gespräche über DMA denke. Oje, oje, wie viel wir da schon jetzt wahrscheinlich dann anders betrachten müssen, weil Apple einfach auch dann sich da anpassen musste an weitere Vorgaben. Wir behalten das im Auge. Ja, und damit kommen wir zu unserem Hauptthema in dieser Folge. Es gab ja neue Hardware und das ist das MacBook Air einerseits in der 13- und der 15-Zoll-Version. Die sind jetzt rausgekommen mit dem M3 und ich habe es ja schon gesagt am Anfang, für mich persönlich war da immer noch so ein kleines bisschen, also grundsätzlich sehr gute Geräte, aber ein kleines bisschen Luft nach oben und da die neuen Funktionen oder die neuen Möglichkeiten, die da vorgestellt wurden, namentlich mit den Displays, die mich dann doch sehr gereizt, dass ich gedacht habe, oh, wie gut ist das wirklich? Und das wollen wir jetzt herausfinden. Johannes Schuster hat sie ja getestet. Bei Heiser Plus gibt es den Artikel nachzulesen. Im Mac & i-Heft wird er natürlich dann auch erscheinen. Ja, Johannes, was ist so dein erster Eindruck von diesem neuen MacBook Air? Ja, also so wahnsinnig viel hat sich bei der Feature-Liste nicht getan, aber einer unserer wesentlichen Kritikpunkte, nämlich, dass man nur einen externen Monitor anschließen kann, da hat Apple auf uns gehört. Oder vielleicht ist es ihnen auch selbst aufgefallen. Ich meine, man weiß es immer nicht so genau, aber einige von unseren Artikeln werden ja tatsächlich übersetzt und gehen da hin. Und das hat mich immer total genervt. Selbst wenn man den Deckel zugeklappt hat, konnte man nur einen externen Monitor anschließen und der Mac Mini kann ja zum Beispiel mit dem gleichen Prozessor zwei externe Monitore treiben. Und ich sitze hier gerade vor zwei großen Monitoren, extern an einem MacBook und ich musste mir halt bisher immer einen MacBook Pro kaufen und zwar das mit einem Pro- oder Max-Prozessor drin. Das ist die wesentliche Neuerung und da habe ich mich doch sehr drüber gefreut, muss ich sagen. Ja, das wird, denke ich, sicherlich viele freuen, weil das ja, also was ich gehört habe, immer ein Punkt war, dass einige gesagt haben, also so ein Air hat ja schon so viel Power und reicht mir eigentlich vollkommen aus, aber diese Monitor-Thematik spätestens seitdem, zu dem das Homeoffice ja auch dann populärer geworden ist, ist das ja auch so ein Punkt. Der andere große Punkt, der ja jetzt eher weniger überraschend ist, weil es einfach eine Fortschreibung dessen ist, was wir ja beim Oktober-Event letzten Jahres gesehen haben, dass der M3 rausgebracht wurde, der wird jetzt ausgerollt auf weitere Modelle mit dem MacBook Air. Der M3, wie steht der so da jetzt im Speziellen beim MacBook Air? Welchen Leistungsschub bringt das jetzt gerade für diejenigen, die jetzt darüber nachdenken, von einem älteren Gerät auf ein neues Gerät umzusteigen? Also jetzt mit M2 und M3 kam dann nicht mehr diese wahnsinnig große Steigerung wie beim Umstieg von Intel auf Apple Silicon. Das ist natürlich klar. Das ist jetzt nur noch Evolution, nicht mehr Revolution, aber sie schaffen es doch immerhin, so bis zu 20% mehr Leistung rauszukitzeln. Und das muss man sich mal vorstellen. Also ich mache das ja schon irgendwie 25 Jahre lang, Max zu testen. Und früher hatte man sich über eine Steigerung von 20% hätte man sich wahnsinnig gefreut. Und jetzt denkt man so, naja, 20%. Also ist schon ganz ordentlich zu merken. Und das ist natürlich auch nice to have. Wobei die Prozessoren vorher eigentlich auch schon im Wesentlichen für das, was die meisten Leute machen, schnell genug waren. Insofern guckt man da nicht mehr so unbedingt drauf. Und du hast jetzt gefragt, wie das jetzt speziell im MacBook Air sich verhält. Da ist es ja so, es ist der gleiche Chip wie im MacBook Pro. Aber die Kühlung ist halt anders. Also es gibt keinen Lüfter und dementsprechend muss die Hitze, wenn man ihn dann wirklich scheucht, muss dann irgendwo hin. Und der Prozessor geht da nicht kaputt, der überhitzt sich nicht, der schaltet sich einfach ab, wenn es ihm zu heiß wird. Und dieses Throttling oder Drosselung, das merkt man dann schon bei Dauerlast. oder bei Spielen zum Beispiel, die dann auch den Grafikteil des Prozessors ansprechen, da wird es ordentlich heiß. Also wenn man seine Finger mal über die Funktionstasten hält, so über F1 bis F5, das ist, also man verbrennt sich nicht direkt die Finger, aber es ist schon mehr als warm. Und dann hält er auch irgendwann an und also oder auch bei großen Videoschnittprojekten mit 8K-Spuren oder so, da merkst du so richtig so, zu Anfang geht es flott los und dann irgendwann leckert es nur noch so. Also da könnte man dann vielleicht so die Grenze ziehen, wo man sagt, für Anwender, die jetzt da gestiegene Bedürfnisse haben, da ist dann ein Pro weiterhin die erste Wahl. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also was den Prozessor angeht, da gibt es noch ein paar andere Punkte, wo das Pro sich unterscheidet. Das sind ja gerade diese langen, langen, anspruchsvollen Sachen, also Videokonvertierung oder irgendwelche Prozesse, die halt wirklich mal über, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du eine Minutenzahl hast, wo du sagst, wenn es halt 10 Minuten auf Vollleistung läuft, dann fängt es irgendwie an, plötzlich heiß zu werden und dann fängt auch irgendwann, setzt halt die Drosselung ein. Das ist wahrscheinlich schwierig. Das kann man nicht so genau sagen, das ist das Problem, weil es kommt ja irgendwann. Und wenn du jetzt, wenn du vorher was gemacht hast, was heiß ist oder wenn es die Umgebungstemperatur heiß ist, dann setzt es halt früher ein. Und wenn der schön kühl ist oder du das Ding von draußen aus dem Auto einholst und losfrauchst, dann dauert es ein bisschen länger. Das lässt sich schwer reproduzierbar gestalten. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Last und auf welche Kerne man gibt. Aber so gefühlt ist es so nach 8 bis 10 Minuten. Ja, ja, okay. Das ist ja ein interessanter Punkt, weil ich meine, das muss man ja auch erst mal erreichen. Also da sieht man vielleicht auch schon am eigenen Workflow, wenn man halt kürzere Sachen macht, also auch kleine Videoschnittprojekte, die halt irgendwie ein paar, oder da geht man halt einen Kaffee trinken, so wie früher, wo man Photoshop-Filter Kaffee trinken gehen, dann zurückkommen, dann ist der Filter angewendet. Aus diesen Zeiten ist man ja längst heraus. Aber früher hat man das ja durchaus so gemacht. Und ich glaube, also wenn man das halt für die Privatnutzung braucht, dann denke ich, muss man sich, glaube ich, nicht so große Sorgen machen, dass man halt irgendwie nach 10 Minuten Dauerlast da reinrennt. Also ich will da nur, weil das hört sich dann so an, oh nein, oh nein, aber ich glaube, ja, wenn man jetzt kein Pro-User ist und solche Projekte dauernd hat, ist das kein Problem. Und wichtiger ist ja eigentlich so, da haben wir mal bei der CT das Wort schwupp, die Zität für eingeführt. Also wie klebrig fühlt sich das an, wenn man jetzt irgendeine Aktion beauftragt. Und das ist eben super flott. Also wenn man ein Fenster hin und her schiebt oder einen Befehl gibt oder sowas, das ist immer alles sofort. Wir haben ja wieder, die alte Diskussion ist natürlich wieder neu entstanden. Das steht auch im Zusammenhang mit Schwupp-Di-Di-Zität, das ist immer ein Zungenbrecher, dass natürlich die Basismodelle, gerade beim MacBook Air, wir hatten ja die Diskussion beim MacBook Pro jetzt zuletzt im vergangenen Herbst wieder und jetzt natürlich beim MacBook Air erneut, dass die Basismodelle mit 8 GB Arbeitsspeicher und halt dieser 256 GB SSD vor allem auch, was den Arbeitsspeicher angeht, halt durchaus knapp bemessen sind nach wie vor. Du hattest im Test wahrscheinlich 16 GB und 512, vermute ich. Das hatte ich gerade nicht mehr richtig im Kopf. Und ich meine, diese 8 GB, ich weiß nicht, ob wir da richtig vorankommen. Ich weiß auch nicht richtig, also vielleicht hast du eine Empfehlung, was ist deine, ist deine Empfehlung generell zu sagen, lieber 16 GB zu kaufen oder was würdest du da den potenziellen Kunden mitgeben auf dem Weg? Ja, würde ich machen. Also man kann mit 8 GB arbeiten, noch lässt das Betriebssystem das zu, das aktuelle, aber man kann ja nicht nachträglich den Speicher aufrüsten und von daher sollte man das auf die gesamte Laufzeit rechnen und so ein Gerät ist ja auch nicht so billig und man weiß ja auch, wie lange man MacBooks verwenden kann und es zeichnet sich ja ab, dass der Speicherbedarf mit künftigen Anwendungen und Betriebssystemversionen, dass der immer steigen wird. Und schon jetzt sind 16 GB schön zu haben, wenn man mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeitet und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist natürlich, also das sind 230 Euro Aufpreis und Aufpreis und da kriegt man, woanders kann man für 230 Euro 16 GB kaufen, also es ist ungefähr doppelt so teuer wie anderswo. Das ist eigentlich ein bisschen unverschämt. Bleibt halt, also die Aufpreise bleiben natürlich frustrierend für das, was man da, was Apple da veranschlagt jeweils. Ich meine, der einzige, der kleine Lichtblick, den wir ja diesmal jetzt mit den M3 MacBook Airs haben oder sagen wir mal mit einem MacBook Air M3 haben, gesehen haben, bislang ist, dass Apple offensichtlich bei der 256 GB SSD wieder dazu zurückgekehrt ist, zwei Flash-Speicher-Chips auf die Hauptplatine zu löten und damit diese bei den M2, bei der M2-Generation sehr negativ erscheinende Drosselung in dem Basismodell, was halt den Datendurchsatz angeht, da wieder zurückgenommen zu haben. Das heißt, auch die kleinste SSD müsste, ich meine, die größeren SSDs sind tendenziell ja immer schneller, aber die kleine sollte eigentlich eine Leistung bieten, die akzeptabel ist, wenn man halt mit den 256 GB an Speicherplatzgröße klarkommt. Das habe ich auch gelesen, testen konnte ich es ja nicht, weil ich habe zwei Geräte gehabt und beide hatten eine 512er drin. Es ist schön, dass es so ist, aber auch selbst mit dem halben Tempo, die meisten Leute werden das nicht merken. Also es sei denn, die kopieren viel Sachen hin und her und es ist eigentlich so, man muss es duplizieren auf der SSD, weil ansonsten ist immer die Schnittstelle der limitierende Faktor. Aber es ist schön so, es ist schön, eine schnelle SSD zu haben und bei dem M Pro und dem M Max ist sie ja sogar doppelt so schnell. Da macht die ja 6000 MB in Sekunde, hier sind es 3000 und bei den kleinen waren es dann früher 1500 ungefähr, grob gesagt. Das ist schon ein Unterschied. Der ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich fand es auch ein bisschen frech von Apple, das sozusagen, ja, diese kleinen Modelle dann so zu vernachlässigen. Es war halt frustrierend, dass es ein Rückschritt war zu der M1-Generation praktisch, was dieses Basismodell angeht, was ja doch, ich meine, die Basismodelle, die fliegen im Handel rum, das sind die, die auch meistens am günstigsten dann schnell zu haben sind. Da kriegst du einfach 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD. Siehst du, dass im Handel die Preise runtergehen, die sind dann attraktiv, so auch, dass die deutlich unter Apples Preisen liegen, aber du hast halt immer diese Abwägung gehabt, soll man sie dann wirklich kaufen? Und jetzt, wenn man dann, ich, also mein Persönliches wäre dann auch zu sagen, ich nehme halt 60, also ich zahle 230 Euro plus minus Aufpreis für den Arbeitsspeicher, aber lass halt die SSD klein, wenn ich mit 256 irgendwie klarkomme, dann hat man jetzt irgendwie, glaube ich, den besten Kompromiss, weil sobald du halt natürlich anfängst, alle Werte hochzuschrauben, Arbeitsspeicher und SSD, dann fängt natürlich auch das MacBook Air relativ schnell an, doch teuer zu werden, muss man sagen. Dann kommt man ja schnell in diese Überlegung, muss ich jetzt vielleicht den Schritt zum MacBook Pro gehen. An welcher Stelle würdest du denn sagen, sollte man dann vielleicht eher in Richtung MacBook Pro schon schauen, wenn man sowieso schon überlegt, hochzu, die Specs hochzuschrauben? Ja, das MacBook Pro ist ja jetzt auch so, da gibt es ja auch dieses kleine Modell, das hat zwar auch schon das 14 Zoll Display drin, aber den normalen M3 Prozessor ohne Pro, ohne Max zum Namen. Und da hat man dann eigentlich nur den Vorteil, man hat das bessere Display und hat noch so einen SD-Card-Reader drin. Und der Akku ist ein bisschen größer und genau, ein belüftetes System. so, aber ansonsten hat man da keinen großen Vorteil. Also man muss ganz klar sagen, das MacBook Air ist das Gerät, was sich die meisten kaufen werden und was auch für die meisten passt und ausreicht. Und die Pro-Modelle sind jetzt schon mehr Pro geworden, also für Pro-User auch. Also ich finde es ganz praktisch mit dem SD-Karten-Slot. Schnelle SSD, ist auch schön zu haben, aber ein helleres Display, ja, braucht man aber auch selten. Also es sind alles so Sachen, die für den Nicht-Profi, für den Studenten, für den Büroarbeiter braucht das nicht unbedingt. Ich würde gerne nochmal auf die Fähigkeiten des M3 eingehen. Du hast ja schon den Leistungsschub der CPU genannt, wo wir heutzutage ja schon es gewöhnt sind, dass dein große Sprünge ganz normal sind. Aber jetzt gerade die GPU und die Grafikfähigkeiten, das war ja beim Scary-Fast-Event Ende Oktober ja das große Aushängeschild der M3-Generation. Jetzt haben wir das beim Consumer-Modell. Wie wichtig ist denn oder wie gravierend wirkt sich denn das jetzt aus, wenn man jetzt mal so typische Consumer-Bedürfnisse anschaut, dass man jetzt zum Beispiel Hardware-Raytracing hat und diese besseren GPU-Fähigkeiten? Dazu müsste es erstmal die Anwendungen geben, die das nutzen. Also auf dem Mac sieht es ja sowieso schlecht aus mit Spielen, sage ich mal. Die kommen alle immer ein bisschen später und das ist momentan ist das so noch. Sagen wir mal so, Apple hat da mit diesem Raytracing zum Beispiel in Hardware, da haben sie was nachgeholt, was die anderen besser konnten. Aber man merkt das eben nur bei einigen Anwendungen, die das überhaupt nutzen. Also im Moment noch eher so eine Zukunftsinvestition, dass man gerüstet ist für das, was da möglicherweise kommen könnte. Genau, also jetzt freut man sich eher über diese prozentuale Steigerung, dass es halt insgesamt ein bisschen schneller geworden ist. Also auch so zwischen, da schwankt ein bisschen mehr, je nachdem, also es gibt ja Spiele, die nutzen gar nicht die Zahl der Kerne, das muss man auch noch dazu sagen, gibt es aber auch bei CPU-Sachen. Und da ist der Zuwachs geringer und wenn sie die Kerne voll ausnutzen, dann ist der Zuwachs ein bisschen höher, also irgendwo zwischen 5 und 25 Prozent ist der Zuwachs. Ja, neben Grafikzuwachs hat der Apple plötzlich auch AI für sich entdeckt. Artificial Intelligence ist jetzt kein Schimpfwort bei Apple mehr, kein Tabubord mehr, sondern wird aktiv eingesetzt. Haben sie im Marketing prominent kommuniziert jetzt beim, als das MacBook Air rausgeworfen haben vergangenen Montag und ihn als beste Consumer Laptop für KI war der große Schlagwort und natürlich dann, was du halt lokal machen kann, sehr albern dann auch zu sagen, ja gut, du kannst natürlich auch auf Cloud-KI-Dienste zugreifen, so ja, hallo, danke, im Browser ist wahrscheinlich installiert, sehr komisch, das irgendwie als Leistungsmerkmal zu nennen, aber es ist interessant, dass Apple es zumindest im Marketing jetzt anspricht und das ist natürlich was, was uns sicher begleiten wird und wo glaube ich jeder dann natürlich auch und was natürlich die ganze PC-Branche im Moment natürlich sich schnappt, weil du damit versuchen kannst, halt Kunden am Schluss wieder dazu zu bringen, ein neues Gerät zu kaufen, an einem gewissen Punkt zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob man von einem M1 oder M2 jetzt auf Teufel komm raus auf M3 upgraden muss, aber ich denke, wir werden schon, wenn wir jetzt mehr tatsächlich auch lokal laufende KI-Software haben, wird man schon sehen, dass man dann schrittweise wahrscheinlich einen Vorsprung hat oder einen zeitlichen Vorsprung, wenn man dann tatsächlich mal auf einen neuen Chip auch umsteigt. Gar nicht jetzt zu den älteren Intel-Generationen, sondern wirklich jetzt aus der M-Generationen-Reihe gesehen. Ja, also bei der Neural-Engine hat sich ja von der Zahl der Kerne nichts geändert. Da haben sie also auch nicht viel Gehirnschmalz reingesteckt, denke ich. Also das ist super, dass sie die haben, das ist ein Vorteil gegenüber den anderen. Aber man muss eben gucken, wo laufen denn diese KI-Killer-Anwendungen? Und die meisten laufen auf irgendeinem Server. Und es gibt natürlich tolle Sachen, die man runterladen kann, wie Spracherkennung, MacWhisper oder sowas zum Beispiel. Das läuft dann lokal und da hat Apple einen klaren Vorteil. Das hätten sie vielleicht ein bisschen eher betonen sollen, als zu sagen, das ist jetzt der beste Laptop für KI-Anwendungen. Gut, also er dient als Client, wie alle anderen auch, zusätzlich gibt es ein paar Anwendungen, die auch lokal laufen. Vielleicht haben sie da ein bisschen auch natürlich in die eigene Zukunft gewunken, weil wir erwarten ja natürlich, dass jetzt mit iOS 18 und damit auch mit macOS 15 sicher KI-Funktionen mehr in das Betriebssystem wandern, wie weitreichend die auch immer sein mögen, aber da haben sie sich selbst schon mal drauf eingestimmt, okay, da kommt dann im Juni und im Herbst, wenn dann die Systeme rauskommen. Das ist nicht das, was jetzt überall diskutiert wird, dass das überall diskutiert wird, läuft auf den Servern irgendwo. Und ist ja im Prinzip, also bei Bild-KI weiß ich es nicht so genau, aber bei diesem Sprach-KI Modell, das beruht halt auf einer Datenbank, die dahinter ist und die muss irgendwo liegen, die ist riesengroß. Wenn du das lokal machen willst, dann musst du die erst mal runterladen. Das will man eigentlich nicht. Sich damit die SSD verstopfen. Dann sind wir wieder bei der 256 Gigabyte SSD wird, was Apple eben, die haben ja immer gesagt, Machine Learning und also so diese kleinen Geschichten Bildverbesserung und so weiter, das nutzen sie auch schon fleißig. Aber da ist es eigentlich im iPhone interessanter, weil da brauchst du die Bildverbesserung, weil du da mit der Kamera mehr unterwegs bist und solche Sachen. Aber insgesamt gebe ich dir recht, also sie betonen es jetzt, das ist ein bisschen albern, sie hätten es vorher viel mehr betonen können, weil sie da den Vorsprung hatten mit der mit der lokalen Engine. Ich glaube, in die Zukunft gerichtet gibt es zwei Lesarten von solchen Paragrafen dann im Text. Also zum einen glaube ich, dass Apple sowas auch mal gerne reinschreibt, in die Zukunft gerichtet, wegen der Nachlesbarkeit, weil solche Pressemitteilungen, die dann ja im Netz stehen und auf ihrer Seite, das wird dann später auch nochmal aufgerufen und dann stellt es sich manchmal in einem anderen Kontext dar, wenn sie in ihrer Software dann auch das irgendwie unterstützen. Aber es gibt zwei Lesarten. Die eine ist, was Leo sagt, dass das so eine Vorhut ist, dass sie jetzt noch natürlich noch nicht sagen, was sie jetzt in den Betriebssystemen planen, die im Herbst rauskommen und dann sieht das ganz anders aus. Die negative Lesart könnte natürlich sein, dass sich Apple damit begnügt, dass das der AI-Faktor ist, den Tim Cook in Aussicht gestellt hat. sehr dunkle Leser hat. Dann ist die Messe gelesen, aber ich denke mal, das wird sicherlich nicht sein. Wir werden da wahrscheinlich in der Software da auch irgendwas noch sehen. Also muss man einfach sagen, solche Dinge wie der Sprachassistent oder Assistentin Siri, die ja bei Apple auch lokal läuft, das ist ja das Schöne, dass man also seine Sprachfetzen nicht auf irgendeinem amerikanischen Server hat. Das könnte sehr viel besser sein. Da sind sie wirklich wahnsinnig hinterher. Da ist auch nicht viel passiert in den letzten Jahren, also immer nur so klickerweise. Die Offline-Funktionalität ja sehr begrenzt ist, also die eigenen Sprachfetzen landen dann doch wieder auf irgendwelchen Servern bei Apple am Schluss oder zumindest als Transkript. Also da ist halt, da sind wir glaube ich noch weit entfernt, bis wir wirklich eine komplett lokale Lösung haben. Das wäre natürlich erfreulich da, wenn Apple da gerade den Fokus setzen würde mit seinen KI, mit seiner KI-Initiative, die Modelle halt wirklich lokal auf die Geräte zu bekommen. Aber da sind wir wahrscheinlich, da sind natürlich die Funktionen auch begrenzt. Aber davon lassen wir uns im Sommer überraschen und werden das glaube ich dann ausführlich besprechen, wenn es so weit ist. Genau. Ja, sprechen wir so ein bisschen über die Äußerlichkeiten, gerade bei so einem Consumer-Modell, da sind ja immer auch die Farben so ein wichtiger Verkaufsfaktor. Welche gibt es denn jetzt da aktuell beim MacBook Air? Und gleich schon die nächste Frage angehängt, weil ja auch ein dunkler Farbton dabei ist. Wie steht es denn um die Anfälligkeit, wenn es um Fingerabdrücke geht? Also sie haben jetzt groß herausgestellt, dass eine Erneuerung eine Eloxierung ist bei dem Farbton Midnight, also zu deutsch Mitternacht, das ist ein dunkelblau. Und das soll verhindern, dass sich die Fingerabdrücke darauf abzeichnen oder überhaupt erst entstehen. Und da haben wir im Test festgestellt, also so ganz gelingt das nicht. Es bleiben immer noch Fingerabdrücke. Aber ich kann es ja mal hier zeigen. Ich habe die beiden Geräte noch da, für die, die uns jetzt sehen und nicht hören. Also ich habe wenig fettende Finger, muss ich dazu sagen, aber bei einigen Kollegen blieb dann deutlich was übrig. Die Farbe ist eigentlich ganz schön. und es gibt noch so einen Polarstern. Ich glaube auch hier, das ist, je nachdem wie der Lichteinfall ist, ist das, mal ist es gräulich weiß und mal ist es golden. Das ist schon so ein deutliches Gold drin. Ich empfinde die als eine komische Farbkombination, das Polarstern, das fällt so ein bisschen raus. Weil ansonsten, was sind die zwei anderen Silber? Wahrscheinlich nicht das klassische Silber und dann noch Space Grau. Gibt es wahrscheinlich auch, oder? Das wird die vierte. Also Polarstern, weiß auch nicht. Da haben sie sich irgendwie nicht richtig entschieden können. Ist das jetzt irgendwie weißlich Silber? Ist das irgendwie Goldfarben, Champagnerfarben? Ja. Ja. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als es auch noch buntere MacBooks gab. Das 12 Zoll, das gab es ja noch in einem brötlichen, rosafarbenen Ton, oder? Ja. Ach so, das, ja. Ich erinnere mich noch an die iBooks in E-Line. Ja, da gab es natürlich noch viel buntere Zeiten bei Apple, auf jeden Fall auch. Also weißes Plastik und dann mit so giftgrünen Applikationen. Ja, ja, das sogenannte Klodeckel, ähm, Klodeckel-Laptop, das hatte ja unglückliche Spitznamen, aber war damals natürlich ein interessantes, ein sehr ungewöhnliches, sehr ungewöhnlicher Laptop. Aber das ist natürlich auch wirklich lang her. Ich weiß nicht, ich meine, ich fände es schön, wenn Apple ein bisschen farbenfroher, gerade bei den Airs oder bei den Einstiegsmodellen, da ist man das ja bei den Pro-Modellen, da hast du halt Grau-Grau und schwärzliches Grau und ein bisschen helleres Grau. Ist okay, ich greife auch immer dazu am Schluss, auch wenn mehr Farben zur Auswahl stehen, bleibe ich dann doch immer bei Grau. aber ich denke gerade bei MacBook Air, das wird schon ein bisschen Farbfrohheit wird das eigentlich schon verkraften. Vielleicht kommt das ja mal nochmal als mega update. Ob Apple da nochmal hin zurück möchte, ja, ja. Wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, sozusagen, dann können sie die Farben ändern. Ja, nochmal zurück zu den zwei Monitoren, die Frage, die ich mir halt stelle, oder ich möchte die Antwort eigentlich noch gar nicht vorweg nehmen, aber sollte man nicht auch ein bisschen, also sie haben ja dann relativ schnell auch angekündigt, nachgeschoben, dass natürlich diese Unterstützung für die zwei externen Monitore bei zugeklappten MacBook auch auf das MacBook Pro mit Basis M3 kommt. Das wäre natürlich auch albern gewesen, wenn das nicht der Fall wäre. Ja. Aber irgendwo schwebt ja auch ein bisschen die Frage im Raum, warum kommt das eigentlich nicht auch auf die M2 MacBook Airs zurück, weil eigentlich müssten die ja dazu auch in der Lage sein, sollte man mal. Ja, das ist so. Es ist leider nichts derartiges angekündigt, ich vermute auch, dass Apples Motivation relativ gering ist, aber vielleicht sollte man sich da als Kunde auch mal irgendwie eine E-Mail Richtung Apple schicken, so wäre ja ganz schön, wenn das mein MacBook Air M2 auch könnte, zumal sie es ja weiterverkaufen ist, gibt es ja immer. Von der Zahl der Pixel her kann der Chip das, und das sieht man ja im Mac Mini, was er kann, da gibt es ja zwei externe Monitore, sie müssen jetzt halt bloß, also der Chip selber hat nur zwei Ausgänge für Displays, das ist der limitierende Faktor. Aber anfänglich bei M1 erinnere ich mich, da gab es noch Splitter, die konnten sozusagen die Zahl der 2D-Pixel aufteilen auf zwei Monitore, das haben sie irgendwann per Software-Update gekillt. Also es war offensichtlich eine Marketing-Maßnahme, um das MacBook Pro mehr abzuheben von dem R. Und von der Hardware her müsste das eigentlich gehen und es müsste eigentlich auch per Software-Update zu machen sein. Also ich will mich da nicht 100% festlegen, es gibt auch Leute, die sagen, da ist irgendwo so ein Muxer noch dazwischen und der kann das vielleicht nicht, das weiß ich nicht, also vielleicht werden wir es irgendwann erleben, dass irgendwann so ein Hack vorstellt, mit dem das auch mit dem M2 geht. Also könnte sein. Schauen wir mal. Und man muss auch noch dazu sagen, wenn man jetzt ein M2 hat, muss man jetzt nicht so super tarot sein, man kann immer noch eine USB-Grafik anschließen. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, einen zweiten Monitor anzuschließen. Aber die hat dann auch wieder Nachteile und blockierten Port und so weiter, aber es geht schon. Was vielleicht, was wir noch nicht vorher besprochen haben, was mir bei dem Handling dann aufgefallen ist, man muss natürlich mit einem zugeklappten MacBook kommt man nicht mehr an die Sachen ran. Also man braucht eine Tastatur, man braucht eine Maus und man kommt dann auch nicht mehr an den Fingerabdrucksensor dran. Da gibt es ja inzwischen von Apple auch eine Tastatur, die anfänglich mit dem iMac verkauft wurde, die so einen Fingerabdrucksensor hat. Sollte man sich dann dazu holen, weil es ist doch sehr oft, also statt Passworteingabe muss man den Finger drauflegen und so weiter und dann klappst du es auf, dann ist der eine Monitor schwarz und dafür läuft das interne Display und so, das ist schon ein bisschen nervig. Und es ist ja auch natürlich, es sind ja die einzigen zwei Anschlüsse außer MagSafe-Strom sind ja auch belegt dadurch, wenn du die zwei Displays, also außer du klemmst noch irgendwie einen Hub dazwischen, aber sonst hast du ja deine zwei Ports, das sind ja auch belegt, also du kannst auch keine verkabelte Tastatur anschließen oder sowas, wenn man das denn machen wollen würde. Aber da musst du ja über einen Hub gehen, du hast ja zwei Hubs sogar anschließend. Ja, aber du hast halt wieder eine Zwischenstufe, musst du halt dazu basteln, also ich meine klar, wenn du ein Desktop-Setup machst mit den zwei Monitoren, dann kannst du dir natürlich auch noch einen Hub dazu, aber ich meine, du musst... Das hast du aber auch bei MacBook Pro mit Pro, wenn du zwei Monitore anschließt, also der hat, die haben ja drei Ausgänge, drei USB-C-Schnittstellen und die haben beim Pro kannst du ja vor allem das Pro offen lassen, dann kannst du ja immer noch zumindest auch am Pro irgendwie tippen, was natürlich je nach Monitor-Setup auch nicht optimal ist, aber du hast halt ein bisschen mehr Flexibilität bei den Pro-Reihen, ich glaube, das ist klar, also bei MacBook Air ist es so, es ist gut, Und man hat den HDMI-Anschluss bei den großen Dingern halt, das ist schon richtig. Es ist halt, du kannst halt sagen, bei MacBook Air, es ist gut, dass es jetzt geht, aber du musst halt überlegen, dass du halt sowieso ein Desktop-Setup eigentlich brauchst, theoretisch mit einem Hub, du brauchst eben die externe Hardware, also Peripherie brauchst du extra, musst du dazu rechnen, klar, wenn das jetzt irgendwie die Firma zahlt, ist das vielleicht auch alles egal, aber wenn du das halt zu Hause aufsetzt, musst du das ja auf das MacBook Air noch drauf rechnen, wenn du dieses Setup halt dann so fahren möchtest. Die Hubs sind sehr viel besser geworden und billiger Hubs will übrigens im nächsten Heft einen Test dann. Sehr gut. Da hast du dann auch gleich Ethernet noch dabei und HDMI oder Displayport-Ausgänge und die sind deutlich günstiger als Thunderbolt-Docs zum Beispiel. Und das reicht auch völlig aus. Aber Konnektivität ist ein gutes Stichwort. Sehr viele werden ja über Wi-Fi gehen und da ist ja jetzt Wi-Fi 6E unterstützt. Welche Vorteile bringt das denn in der Realität? Ja, das wird jetzt ein bisschen technisch leider, aber von der Basis her das Neue ist, dass das 6 Gigahertz Band unterstützt wird. Und das ist halt wesentlich weniger überlaufen als das 5 Gigahertz Band. Das heißt, man hat möglicherweise die Chance, breitere Kanäle auch nutzen zu können, ohne dass da jemand anderes rein funkt. Und die zweite Verbesserung gegenüber dem Wi-Fi 6 ist, dass die Kanäle nicht mehr 80, sondern 160 MHz breit sein können. Das muss man auch, das geht auch übrigens auch auf 5 Gigahertz Band. Sie können doppelt so breit sein. Das heißt, die maximale Transferrate kann nicht mehr 1200, sondern kann 2400 Mbit sein. Brutto. Was netto davon übrig bleibt, ist was anderes. Aber es geht. Ich habe es hier zu Hause bei mir probiert und musste ein bisschen rumsuchen. Dann stellst du halt dein WLAN auf Kanal 36 ein, weil es, weil da drunter ist noch das Radar, das da irgendwie rumspukt. Und dann musst du mal irgendwie 15 Minuten warten. und dann zack, hatte ich tatsächlich einen 160 MHz breiten Kanal und konnte dann so in der Spitze bis 1400 Mbit durchdengeln. Also das war schon eine ganze Menge. Da brauchst du auf der Gegenseite schon einen 10 Gigabit Adapter, damit das auf der LAN-Seite überhaupt weitergeleitet wird. Sonst misst du das Gigabit Netzwerk. Also 2,5 würde natürlich auch noch gehen. Aber ich habe hier so einen Thunderbolt Adapter für Ethernet und mein Router, der kann halt auch, hat auch eine 2,5 Gigabit Schnittstelle, damit die Gegenseite stimmt. Und das ist schon schön und es, wenn man jetzt alleine wohnt auf dem Land oder sowas, dann kann man es voll nutzen und ansonsten sollte man sich einen Router kaufen, der das 6 GHz Band unterstützt. Ganz wichtig, genau, weil die Gegenseite muss ja letzten Endes das ja auch beherrschen. Aber in jedem Fall ja auch zukunftsgerichtet, man muss sowas ja auch mal so sehen, dass man sowas kauft und da man eine sehr lange Nutzzeit hat bei so einem Gerät, selbst wenn man jetzt nicht sofort den Router austauscht, aber in so einer Lebenszeit wird das wahrscheinlich irgendwann passieren, dass man das dann auch supportet. und man muss natürlich jetzt auch wieder, ich klinge dir da so negativ alles, aber ich meine, wir sind bei Wi-Fi 7 und Apple verkauft 6e jetzt auch schon eine ganze Weile. Das war jetzt einfach Standard, dass das kommen musste. Man kann sich eher fragen, wann kommt Wi-Fi 7? Da sind auch schon die ersten Geräte draußen. Da sind sie immer recht konservativ, was das angeht. Ja, das hängt wahrscheinlich auch mit der Einkaufspolitik zusammen. Man muss ja solche Module dann irgendwo besorgen und das sind ein paar Cent dann im Einkauf oder vielleicht auch ein paar Euro, ich weiß es nicht genau. Da würde man sich ja wünschen, dass auch Apple bei den Basisstationen mal wieder zurückkehrt und vielleicht was Eigenes anbietet, was da etwas weiter vorne dran ist und ich meine, sie haben ja, muss man ja sagen, ursprünglich also mit der AirPod-Basisstation halt WLAN ziemlich vorangetrieben, als einst keiner wusste, was WLAN ist und wie das funktioniert und wie fantastisch das ist, dass man seinen Computer ohne Kabel und haben einfach die LAN-Schnittstellen weggelassen. Ja, ja, genau und das ging dann relativ schnell halt alles voran auch und vielleicht ein bisschen Holter die Polter, aber das war ja ein großer Schritt und dann ist es halt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, wie lange sie sich dann aus dem Markt schon zurückgezogen haben, aber es ist eigentlich schon was, was fehlt, weil ich meine, natürlich hast du genug andere Anbieter und Hersteller, die einen WLAN-Router in verschiedensten Formen anbieten, aber weiß nicht, finde ich eigentlich schade, dass wir da nicht, dass sie da, weil die Displays zu den Display, in den Displaymarkt sind sie auch wieder zurückgekehrt und haben zumindest mal zwei Modelle jetzt wieder im Programm, die sich jetzt auch nicht viel weiter bewegt haben und an denen auch viel zu kritisieren ist und an denen viel kritisiert wurde, aber ich denke, eine Basisstation könnte in Apples Portfolio durchaus, gehört da eigentlich auch wieder mit rein. Oh, da habe ich eine andere Meinung. Wir haben das auch, wir haben das ja im Heft auch schon diskutiert, also ich sehe es, im Moment sieht man ja auch keine Anzeichen, dass sie dahin zurückkommen wollen. Also bei Wipebar ist ja auch eine ganze Menge passiert mit dieser ganzen Mesh-Technik, den Repeatern, die du im Haus verteilen kannst und so weiter. Das müssten sie dann auch schon wirklich gut hinkriegen und weiß ich nicht, ob sie da so der beste Anbieter dafür wären. Ich finde es gut, dass sie sich sozusagen öffnen für alles und bin auch immer froh, wenn ich mal ein Gerät kaufen kann, das nicht von Apple ist. Das spart ja auch Geld. Wenn du dir jetzt das MacBook-Line-Up so ansiehst, nachdem jetzt die M3s rausgekommen sind, der M2-MacBook Air ist ja praktisch nach unten gewandert, ist dann das neue Einstiegsmodell, wenn man so möchte und das M1-MacBook Air ist zumindest bei Apple halt nicht mehr offiziell zu haben. Das ist also aus dem Programm geflogen und natürlich haben wir oben drüber dann die MacBook Pro, die M3-MacBook Pro-Reihe. Wo steht das Setup jetzt so Anfang 2024? Ist das rund, so wie es jetzt ist? Ja, das stimmt schon. Also die Ecken und Kanten und die Widersprüchlichkeiten sind so ein bisschen raus. Es fehlt ein preiswertes Modell unten, das muss man sagen. Also die 1000-Euro-Marke, das war schon immer ganz schön, dass es da noch was gab. Und das günstigste Modell hat wie gesagt zu wenig RAM, zu wenig SSD. Insofern ist mal wieder das Übliche bei Apple, dass die Preise so ein bisschen, ein wenig zögern lassen. Aber insgesamt ist die Abstufung auch zu den MacBook Pros finde ich jetzt wieder gut und ich finde auch gut, dass es das 15-Zoll-Modell gibt. Das ist für die Leute, die jetzt wirklich das als Notebook auch nutzen und daran arbeiten, unterwegs ist ein 15-Zoll-Monitor ein echter Zug gewinnen, weil Arbeitsfläche ist viel wichtiger als Prozessorgeschwindigkeit, weil man einfach dadurch die Produktivität erhöhen kann, dass man weniger scrollen muss und einen besseren Überblick hat. Also von daher kann ich das 15-Zoll-MacBook Air den Studenten zum Beispiel sehr empfehlen. Das ist ein schönes Gerät. Es ist leicht, es ist geräuschlos, macht Spaß. Und würdest du denn, wem würdest du denn wirklich empfehlen, statt jetzt das neue M3-MacBook Air Basis 13-Zoll-Modell das alte M2-MacBook Air 13-Zoll zu kaufen? Weil ich meine jetzt zumindest Apples eigene Preise, das sind 100 Euro Differenz. Ja. Also ich weiß, kann man das wirklich empfehlen, diese 100 Euro sich zu sparen? Oder wenn man sowieso ein Produkt von über 1000 Euro kauft, dann kauft man lieber das für 1300 Euro jetzt das aktuelle, ich weiß nicht, was das ist. 100 Euro ist eigentlich zu wenig. Ja. Die sind zu nah aneinander. Also ich meine, bei den Dollarpreisen sind sie glaube ich weiter auseinander, aber in Europa jetzt der Euro-Preis ist sehr ungünstig nah aneinander. Kann natürlich sein, dass im Handel die M2-MacBook Airs, die sind im Handel, gehen die eher so Richtung 1000 runter und dann fängt es halt an, dass man überlegen kann. Da wird es eigentlich, glaube ich, interessanter, wenn die die 1000 Euro Marke erreicht haben. Also da sollte schon eine Differenz. Wegen 100 Euro würde ich lieber zum M3, glaube ich, sehr klar greifen. Am Stich, gerade weil dieses Basismodell im Idealfall halt auch nicht mehr diese SSD-Limitierung hat, die das M2 noch drin hat. Ob man es da merkt, oder nicht im Alltag. Ja, und genau. Und genau, außer Apple bringt es auf den M2 auch noch zurück, überraschenderweise, wovon wir nicht ausgehen. Nee, das hätten sie jetzt schon gesagt, denke ich mal. Das Stichwort Akkulaufzeit ist ja ein Punkt, der Käufer auch mal interessiert. Wie lange hält denn mein Gerät durch? Apple hat da ja mal Angaben für verschiedene Anwendungsszenarien. Du hast ja auch nachgemessen für den Test. Was ist so deine Erfahrung, was die Akkulaufzeit angeht? Also mit diesem Schritt auf das Apple Silicon haben sie es ja, haben sie diese Power per Watt, nennen sie es immer. Also die ist viel besser als bei den Intel-Prozessoren. Und das bedenkt, dass sie eben weniger Abwärme haben und längere Laufzeiten haben. Und das ist auch so. Also da hat sich jetzt aber von dem M2 zum M3 nicht viel getan. Das ist jetzt mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Man muss immer bedenken, der größte Stromverbraucher ist das Display. Und je heller man das einstellt, desto schneller ist der Akku leer. Ganz einfach. Deswegen haben wir so ein geeichtes Leuchtdichtmessgerät, womit man das definiert einstellen kann. Und dann sind die Zeiten natürlich sehr viel besser vergleichbar. Also wenn man jetzt einfach immer sagt, hier volle Helligkeit, dann haben die Geräte, die ein helles Display haben, einfach einen Nachteil bei der Messung. Und wir messen zum Beispiel die Videolaufzeit bei 200 Candela. Das ist so ein heute gebräuchlicher Wert. Es ist schon angenehm hell zum Arbeiten, wenn man nicht gerade in der Sonne sitzt. Und da haben die beiden 13 Stunden geschafft. Die 200 Candela, das ist so ungefähr, wenn man die die Pünktchenleiste von der Displayhelligkeit hat, das ist so ungefähr in der Mitte oder so ein bisschen unter der Mitte oder so plus minus. Du kannst dir glaube ich genau sagen, ich glaube, es waren fünften Viertelzähne runter. Ja, also ja. Ich glaube auch, also nur damit man eine Vorstellung hat, wie sich das anfühlt, das in der Helligkeit, also das ist schon eine normale Helligkeit. Es ist nicht so, dass man anfängt, dann sich konzentrieren zu müssen, um noch was zu erkennen. Nein, nein, nein. Das leuchtet schon normal, so wie man arbeiten würde. Früher hat man ja gesagt, 100 Candela ist sozusagen die Norm und alles andere blendet. aber ich kenne eigentlich niemanden, der noch mit 100 Candela arbeitet. Also so 200 stellt man sich schon ein. Aber so zum Vergleich, die anderen schaffen bis 1600 mit HDR-Inhalten punktuell. Ja, das ist aber auch schon unangenehm. Ich bin immer unerfreut, wenn das MacBook Pro auf HDR umschaltet und mich mit weißen Blitzen belegt. Also ich meine, ich finde es gut, dass es HDR unterstützt natürlich, aber ich merke oft, dass ich bei Videos, wenn dann auf HDR umgeschaltet wird, ich empfinde es oft als überzeichnet. Also haben wir auch hier, glaube ich, bei alteren Episoden schon diskutiert. Das ist irgendwas, wo ich gar nicht so begeistert bin und man merkt auch, dass das Display praktisch aktiv umschaltet. Es fängt so an, so ein bisschen zu, ja, nicht zu stottern, aber es, ich weiß nicht, also ich bin da, bin da gar nicht so. Aber es ist natürlich, klar, Helligkeit ist immer gut, wenn man die, wenn man ein bisschen Luft nach oben hat. Und auf der anderen Seite, Akkulaufzeit, ich glaube, da konnte man sich ja bis jetzt, auch schon auch beim M2 und beim M1 MacBook Air, konnte man sich ja nicht beschweren, was die Akkulaufzeit angeht. Also das, wenn du halt, du schaffst halt auf, eigentlich auf jeden Fall einen ganzen Arbeitstag, einen langen Arbeitstag, kann man sagen, schaffst du damit unterwegs zu unterbrücken, zu überbrücken und musst halt dabei auch nicht super Kompromisse machen, wie halt das Display komplett runter zu regeln. Also das, da kommt man schon weit. Genau. Also man muss im Zug nicht nach einer Steckdose suchen oder sowas. Das, man kann den ganzen Tag durcharbeiten. Aber vielleicht könnten wir zu den Netzteilen noch was sagen. Möchtest du mich was zu den Netzteilen fragen, Malte? Gerne, gerne. Was, also eigentlich ja die Frage, was, was fehlt denn vielleicht noch jetzt dem MacBook Air? Ja, also sie sparen ein bisschen an dem Netzteil. Das ist ganz, also im Basismodell ist ein 30 Watt Netzteil dabei und das braucht halt schon sehr lange, bis es den Akku füllen kann. Wenn man dann etwas höhere Konfigurationen oder das 15 Zoll Modell ist standardmäßig dieses Dual Netzteil drin, muss ich warten. Kamera halten. Es hat zwei Ports, ist noch relativ klein. Das ist der Vorteil, aber es ist eben auch nicht besonders leistungsstark. Und wenn man den zweiten Port auch noch nutzt, dann wird es noch schwächer. Also wenn ich da jetzt noch ein iPhone 15 Pro dazu halte, dann halbiert sich die Leistung. Das ist eher so ein Notfall für, wenn du auf Reisen schnell mal in alles Strom reinbekommen möchtest. Ja, oder man hat es dauerhaft am Strom, dann geht das natürlich auch okay. Also um die Ladung auf 100 Prozent zu halten, reicht es aus. Man kann eben auch wahlweise statt dieses Dings hier, wenn man es jetzt ordert, kann man auch ein 70 Watt Netzteil sich auswählen. Und das würde ich eigentlich allen raten, dass sie das machen. Oder man kann es für 20 Euro auch Preis dazu kaufen. Weil da hast du dann irgendwie nach einer halben Stunde den Akku auch halb voll. Und wenn man mal schnell irgendwo, dass ich in der Mittagspause irgendwas auftanken will oder auf der Messe unterwegs ist, dann ist das schon besser. Und das haben die großen MacBooks, die haben ja auch das große Netzteil. Das fehlt so ein bisschen. Ansonsten, ja, ist halt pro, da muss ja noch ein bisschen was dran sein. dass sich der Aufpreis lohnt. Das ist auch noch ein vollständiges Gerät und klar, man braucht vielleicht, weil wir jetzt eben nur diese zwei Schnittstelle, immerhin hat es MagSafe, das heißt, das Ladekabel blockiert schon mal nicht einen Port, das ist schon mal ganz gut. Man braucht halt noch einen Hub dafür, wenn du jetzt normale USB-C, USB-A-Sticks hast oder einen Card-Reader brauchst oder sowas, dann musst du dir noch was dazu ranbammeln, irgendeinen Adapter oder ab. Es ist halt schade, dass sie alle Ports bei MacBook Air auf einer Seite vergraben haben. Also ich bin jemand, der dann auch zum Beispiel bei MacBook Pro sehr schätzt, dass ich das halt über USB-C auf beiden Seiten laden kann, weil je nachdem, wo man es halt gerade hängen oder stehen hat, ist es ganz angenehm, die Flexibilität zu haben, halt in Strom rechts oder links einzustecken und die hast du beim MacBook Air halt leider nicht. Im Alltag ist auch kein Beinbruch, aber es ist sowas, wenn man merkt, dass man oft in die Situation gerät, dass man doch gern lieber auf beiden Seiten den Strom anschließen kann, dann ist das Pro da natürlich tatsächlich auch das flexiblere Gerät, aber ist okay. Kann man auch, glaube ich, beim MacBook Air gut mitleben. Ja, also ich möchte eigentlich zum Schluss noch das M1 MacBook Air verabschieden oder weniger das M1 MacBook Air als natürlich die, also eigentlich ist das MacBook Air tot. Also wir haben jetzt ein MacBook Air, was immer noch MacBook Air heißt, aber das ist natürlich eigentlich nicht mehr das Richtige, das wahre MacBook Air, weil das wahre MacBook Air hatte eine Keilform und da kann man sich auf den Kopf stellen, das ist und war so. Ich meine, das war wirklich, wer sich da 2008 erinnern kann, das war wahrscheinlich eine der grandiosesten Steve Jobs Produktenthüllungen aller Zeiten, als er das MacBook Air aus so einem Bürobrief Umschlag gezogen hat und das war ja damals, die Keilform war ja von Anfang an da und ich meine, das erste MacBook Air war ziemlich skurril, da gab es eine kleine Klappe, wo die Anschlüsse drin waren und es war furchtbar teuer und furchtbar langsam und es war so ein bisschen wie die Vision Pro heute, ja, es ist völlig überteuert, du hast super viele Kompromisse, aber man sieht vielleicht so ein bisschen auch, wo die Reise hingeht und so war dieses MacBook Air 2008 war auch, also es war klar, da geht die Reise hin, aber völlig Quatschprodukt zu dem Zeitpunkt eigentlich, was Preis und die Kompromisse anging und dann haben sie es ja relativ schnell geschafft, dieses MacBook Air, so 2010 glaube ich, kam dann diese, der erste große Generationsschritt und in dem Moment war das ja einfach das Ding, also das hat ja den Notebook-Markt eigentlich aufgerollt dann ab 2010 mit den Modellen, die sie da hatten, die dann jetzt schon eben die Keilform halt beibehalten hatten, aber diese alberne Klappe war weg, die hatten normale Anschlüsse und dann, und waren auch von der Leistung dann auf einem Niveau und preislich auch auf einem Niveau, wo die wirklich den breiten Markt angesprochen haben und dann auch ihren Erfolgszug angetreten haben, bis halt Apple irgendwann so 2015, 2016 einfach vergessen hat, dass dieses MacBook Air existiert und es über Jahre nicht mehr aktualisiert hat, aber sie konnten es auch nicht aus dem Programm nehmen, weil Leute es offensichtlich einfach weiter gekauft haben und dann war dieses uralte MacBook Air über Jahre im Programm und wurde einfach weiterverkauft, was sehr unrühmlich war, weil das kein, dann zu dem Zeitpunkt kein adäquater Computer mehr oder kein adäquates Laptop mehr gewesen ist. Aber sie haben es im Preis ja auch ein bisschen attraktiv gehalten unter der 1000-Euro-Grenze. Ja, aber es war halt so alt, dass man, es war ja das Problem, dass dann kam halt das 12-Zoll-MacBook und all diese, diese anderen Sachen, die sie da drum herum gebaut haben und die waren ja preislich natürlich viel höher angesetzt als halt das MacBook Air. Ja, aber sie haben sich ja, haben sich aber redlich bemüht, ihre MacBooks schön schlecht zu machen mit Butterfly-Tastatur und, was weiß ich, im Wegfall von allen Schnittstellen. Ja. Das, die Leute sagten, ja, wieso? Dann kaufe ich mir halt das alte, das läuft doch gut. Das war auf jeden Fall eine dunkle Apple-MacBook-Zeit von 2015 bis 2020, die man eigentlich schnell vergessen will und dann haben sie es ja zum Glück dann in den Griff bekommen und das M1 MacBook Air, was ja dann praktisch auch mit das eins der ersten mit Apple-Chip war und das war dann schon ein ziemlich grandioser Sprung halt gewesen. Das ist ja auch heute noch ein tolles Gerät eigentlich. Also, wenn man das jetzt noch irgendwo für 800 Euro oder weniger findet, ist immer noch ein gutes Gerät, wenn man da mit den Specs leben kann, denke ich. Ja, das Display ist halt nicht mehr so ganz zeitgemäß. Das ist halt kein Retina-Display, ne? Doch, doch, doch. Bei dem M1 MacBook Air war ja schon... Ach so, das meinst du? Ja, ja. Nee, nee, klar, die viel älteren, da musst du natürlich aufpassen bei den Displays. Da hast du völlig recht. Du sprichst über das M1-Ding. Ja, ja, weil das... Nee, nee, das M1-MacBook Air, da hatten sie ja diesen Schritt zumindest schon getan. Das entspricht ja sonst eigentlich allen modernen Anforderungen, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, das ist ein bisschen... Also, ich vermisse die Keilform, muss ich sagen. Die neuen sind halt flache MacBooks. Sie sehen ja auch elegant aus. Du hast ja im Test auch geschrieben. Die sehen schon gut aus, aber es ist halt kein... Es ist nicht mehr wirklich ein MacBook Air. Ja, das ist da die Frage. Ich meine, die Diskussion wurde ja auch schon in den letzten Monaten aufgeworfen. Diese Bezeichnung Air, ist die eigentlich jetzt noch die richtige oder könnte Apple nicht einfach auch jetzt sagen, die Redefinition von MacBook ist das in gewisser Weise? Also, die Unterscheidung einfach zwischen Standardmodell und Pro, weil das Air war ja damals irgendwie auch so ein Bindeglied irgendwo zwischen verschiedenen Klassen und das Line-Up hat sich dann ja da einfach weiterentwickelt an der Stelle. Ich würde das in erster Linie über das Gewicht definieren, ob es ein Air ist oder nicht. Und die sind halt auch super leicht und zusätzlich super flach. Also, nicht viel mehr als ein iPad Pro. Also, insofern man hat eine Tastatur drin. Also, ich finde das gerechtfertigt, dass das Ding nach wie vor Air heißt und es ist eben auch lüfterlos. Es ist geräuschlos. Das ist auch ganz angenehm. Ja. Das ist viel wert. Also, wir sagen Abschied. Wir nehmen Abschied vom Keil, aber wir lassen definitiv keinen Keil in diesen Podcast hineintreiben, auch trotz flapsiger Anmoderation. Ich würde sagen, wir haben das Thema MacBook Air ganz gut bearbeitet. Wer weitergehendes Interesse hat, wie erwähnt, gibt es ja den Heise Plus Text und in Mac and i gibt es das auch nachzulesen, dann in einem nächsten Heft und vor dem Hintergrund gerne dort mal reinschauen. Für heute sagen wir danke. Danke, Johannes, dass du uns mit deiner Expertise zur Seite gestanden hast. Danke natürlich, Leo. Und gerne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis da. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.